Inmitten des wunderschönen Thüringen liegt das beschauliche Dörfchen Schwarzbach mit seinen rund 250 Einwohnern. Wohin man auch schaut, scheint die Zeit stillgestanden zu sein. Das gilt besonders für das Haus von André Gramer. Von außen scheint es sich nur unwesentlich von den anderen Häusern im Ort zu unterscheiden. Doch wirft man einen Blick hinein, so ist es, als hätte man einen Zeitsprung ins tiefe Mittelalter vollzogen. Schwere Rüstung, Schwerter und Morgensterne zieren nahezu jedem Raum im Hause des 46-Jährigen, der in seiner Freizeit als Teilvorsitzender eines eigenen Rittervereins fungiert. Also unser Verein, das wurde damals im Jahre 1996 bei der Gründung lang hin und her überlegt, hat sich am Ende entschieden für eine lateinische Bezeichnung, Signum Aquilarum. Signum wie das Zeichen, Aquilarum wie der Adler, weil zu damaliger Zeit, man sieht es auf dem Schild, unsere Fahne fertig war. Die Fahne zeigt einen Adler auf gelben Grund und also heißt der Verein übersetzt gesagt, im Zeichen des Adlers. Das bedeutet, wir waren oder wären eigentlich unter der kaiserlichen Fahne unterwegs gewesen. Besonders in den Sommermonaten werden André Kramer und die Mitglieder von Signum Aquilarum als Repräsentanten der mittelalterlichen Zunft auf Stadtfesten angeheuert, um dort ganz verschiedene Aufgaben auszufüllen. Sind wir zum Beispiel zu einem Umzug bestellt, dann laufen wir zu diesem Umzug mit, stellen irgendwelche ein Bild mit dar, sind wir als Stadtwache bestellt, dann passen wir auf, dass nicht Schwarzfahrer rein in die Veranstaltung gehen, also wir reißen sozusagen die Eintrittskarten einmal durch. Oder wir sind dann direkt als Hauptveranstalter mit engagiert, das heißt Schaukämpfe, Kanonböllern, Feuerzeigen, also Anmachen von Feuer wie vor 500, 600 Jahren mit Feuerstein und Eisen dazu. Oder eben nur unser altes Lager darstellen, das heißt wieder mit Toontöpfen, mit der Küche, die dazu gehört. Wir machen auch oder versuchen mittelalterliches Essen nachzugestalten, was nicht jeden Gaumen unbedingt mundet. Bevor es losgeht, wir wollen quasi hier einen Ritter aus dem 13. Jahrhundert, das ist übrigens der Knappe, das ist der Ritter, von angezogen zu ausgezogen. Vielleicht vollenden, mal sehen, wie das Volk mitspielt. Ein ganz besonderes Highlight im Showprogramm von Signum Aquilarum ist der sogenannte Ritterstriptease. Dabei wird den nicht nur weiblichen Zuschauern auf illustre Weise erklärt, was man als Ritter im Mittelalter so drüber und drunter trug. Musik Für ein paar Stunden werden die begeisterten Zuschauer von Rudolf von der Tann, so der ritterliche Pseudonym von André Kramer, in die faszinierende Zeit des Mittelalters zurückversetzt. Doch war die damalige Zeit wirklich so schillernd und so vergnüglich, wie sie uns hier vorgespielt wird? Worin liegen denn die größten Unterschiede zur heutigen Zeit? Man muss es wirklich klipp und klar sagen, der erste Unterschied ist natürlich die medizinische Versorgung. Damals hatte ein normaler Erdenbürger sicherlich, falls er überhaupt zu alt geworden ist, mit 25 Jahren keine Zähne mehr, beziehungsweise nur noch schwarze Stumpen oder so vereinzelte Stumpen. Und davon kann man ja immer weitergehen. Man braucht in der heutigen Zeit, oder man ist es einfach gewöhnt, die warme Dusche, das Bad, die regelmäßige Hygiene, was damals absolut in weiterer Ferne war. Dass das Leben der damaligen Zeit aus heutiger Sicht alles andere als gesundheitsförderlich war, zeigen viele weitere Beispiele. Bei kleineren Vergehen konnte schon die ganze Hand weg sein. Diebstahl zum Beispiel, die Schwurfinger, ist etwas anderes der Fall. Und zwar, wenn man beispielsweise einen Main-Eid schwört und den nicht gehalten hat, dann wurden die Schwurfinger abgeschlagen und ausgestellt. Woche für Woche finden mittelalterliche Märkte und Feste in ganz Deutschland statt. Die Faszination der damaligen Zeit begeistert auch heute noch die ganze Familie. Dabei ist das mittelalterliche Brauchtum für André Kramer und all die anderen Mitwirkenden weit mehr als ein Hobby. Nur zu gern teilen Sie Ihre Leidenschaft mit den Besuchern und befördern Sie für eine Weile in eine Zeit fernab der Hektik, dem Internet und Mobiltelefon. Sollten auch Sie einmal die Gelegenheit haben, ein solches Fest zu besuchen, so halten Sie die Augen offen. Nach einem schwarzen Adler auf gelbem Grund. Und tauchen Sie ein in die Zeit von Rudolf von Bertan. Musik Musik